so hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von greedfall und wir sind jetzt vor dem haus vom botschafter sahin genau wir haben in der letzten folge den quacksalber ich sage mal entblößt ist das entblößt entblößen war was anderes ja ihr 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 wisst was ich meine und da würde ich sagen geben jetzt mal die quest ist die so ist die Ich habe einen Mann in der Kroen-Garde Barrik. Endlich! Er hat ihn abgett? Ich habe seine Aktivitäten geschlossen. Er ist eine Sirene, die immer noch einigermaßen zu verletzten. Er ist ein bisschen kompliziertes. So am Atters? Er hat uns wieder einmal geschluckt. Körn, 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 Körn. Und allow me to offer you this modest gift for your voyage. Uh, ein Geschenk? I need to be going. Goodbye, Excellency. Uh, fufschge... Oh, 1000 EP! Oh, kurz vor Level 3. Fufschge... Ja, ist er, ist er, ist er ordentlich. So, was haben wir denn noch hier? Alles, nein. Handelswaren... Achso, vertreibe die Wachen des Lagerhauses. Handelswaren, der Groschenkorte. Wie vertreibe ich denn die Wachen? Ich kann ja keinen Schlaftagen. Beinigetrieben worden, dass du Schlaftabletten. Kann ich ja, aber nee. Ach, ich trottel. Ich hab da nicht rein investiert. Ach nee, Quatsch, das ist eine Fähigkeit. Kann ich auch noch kommen. Bäh. Kann ich die auch nicht einfach verprügeln? Kann ich ja auch nix herstellen. Ah, ich kann noch Sachen wiederverwerten. Was krieg ich denn bei dem alten Ledermantel? Chance aufs Sammeln von Komponenten. Okay. Boah, ich kann sogar Sachen wiederverwerten. Ist das geil. Ich kann Sachen wieder... Ich meine, klar, dass es jetzt nicht krass ist, aber... Oh, herrlich. Ich kann mich... Sachen wiederverwerten. Das ist ja genau das für mich. So, genau. Und ich brauche halt ein Wissenschaftslevel. Zottiger Schilop-Holing. Dies ist gerade ein Teil der Stahlschlafe. Ja, es ist jedenfalls fort in einen tiefen Schlaf... Schlaftrank. Schlaftrank ist eine wirksame Schlafe. Da brauche ich einen Zottigen Schilop-Holing. Wo kriege ich denn hier einen Zottigen Schilop-Holing her? Kriege ich den? Wieso kriege ich eigentlich von dem Wirt keinen Schnaps? Das wird gleich mal der nächste Skandal. Ne, Hafer. Warte, der blöde Wirt. Ja, nix Wirt. Wirt, Wirt. Muss ich da auf der anderen Seite? Wer nix Wirt, Wirt, Wirt. So blöde Werktüch. Also ich muss einen Schlaftrank herstellen. Äh. Was hast du nur zu verkaufen? Ja, hätte koschen. Alter, was ist denn das für ein mächtiges Ding? Na, ist er, da ist er. Ach, was ist das? Irgendwie fing ich das mit dem Ring? Schützene Medaille des Priesters. Achso, da braucht er Schwindskraft. Äh. Fallen. Drachenbluthorz. Lol. Der hat eine Schnapsbuddel und einen Schlaftrank. Er hat Angebote? Was hat denn der am Angebot? Achso. Dass ich dann hier auch Zeug verkaufen kann. Ich kann ja meine Zweringe kann ich auch verkaufen. Okay, ist hier was bloß ehenswert. Auffallen. Abgenutzter Philzut. Das kann ich ja verkaufen. Ja, verkauf ich. Verkaufen. Hallo. Ja. Was du für dich sagst? Ja, kann man verkaufen. So, na, da kann ich ja jetzt aber bereit ein Getränk vor, dass du Schlaftabletten untermüsst. Aber ich habe ja jetzt eine... Hä? Nee. Oh, ich sprach wirklich Wissenschaftslevel 1. Oh, dann mach ich erst mal das hier. Kann ich jetzt noch nicht machen. Muss ich wirklich erst mal eine Stufe aufleveln? Das scheint noch ein Wissenschaftslevel krieg. Das ist ja... Haben wir nicht gut, okay. Das baut er ein bisschen aufeinander auf. Das ist ja jetzt auch nicht so doof. Ja, das wollen wir zu Schluss. Das ist ja auch nicht so. Aber wir können es nicht machen. Das ist der Crew. Oh, in Tradition sind wir alle Mitglieder der gleichen Familie. Aber ja, es gäbe Flavio und Lauro. Kann ich mit ihnen ein Wort haben? Wie du willst, finden Sie sie dort, im Port. Nice! Begegnung bald, Kapitän! Uh, hier gibt's was zum Looten. Uh, Munition. Ah, okay, man muss also auch mit Munition äh, haushalten. Lol. Was ist das denn hier für noch die Freifläche? Ist das alles hier für zum Laden und so, oder was? Das ist krass. Das ist ein neues Schnee. Was ist da? Es gibt Zucker. Und so, das verschwindet das Nordisch und bla bla bla. Ja, ich guck jetzt hier. Ich tu jetzt erst mal hier mit. Uh, Loot! Drachen-Blut-Horz. Oh. Gibt's so noch was? Alter, man kann ja überall. Überall gibt's so was zum Looten. Ist das geil. Oh ja. 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 Wie sieht das? Was ist der Grund? Was ist der Grund? Was ist der Grund? Ich bin sicher. Er war nicht der normalen Selbst. Was ist der Grund? Was ist der Grund? Wir haben keine große Öl. Wir haben keine große Öl. Aber außerhalb. Ich bin sicher, dass das normaler hier war. Wir spielen mit ihm von Zeit zu Zeit. Ich bin ein typischer Mann, der von Morgen bis Nachtzeit spielt, um so gewählter zu sein. Aber jetzt und wieder kommt er raus. Wenn die Natur kenne, du weißt. Ich erinnere mich irgendwie, dass sein Gesicht da drin war. Okay. Danke, Lara. Ich muss gehen. Quatschig noch einmal. Erstmal mit der Flavia. Flavia. Flia, Flavia. Flavia. Hallo. Das ist Flavia. Das Zagerbuch des Schleusers. Ich habe zwei neue Kunden. Sie wollen nach Alsat reisen und die Inquisitoren sind ihnen auf den Fersen, was meine Arbeit nicht einfacher machen wird. Ich denke, ich kann sie unauffällig auf ein Schiff bringen. Alle müssen vorsichtig sein. Und ich hoffe, dass sie geduldig und ruhig sein werden. Ich werde sie in einem Lagerhaus hinter dem Hafenamt verstecken. Und dass sich die Inquisitoren niemals hineinwagen werden. Aha. Ah, der hat nochmal so einen Caban. Ne, gut, hab ich halt so. Ey, Flavia. Ja. Rück raus. Der Louis, rück raus. When did you last see him? Two days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Why? I haven't the faintest idea. Frage, ja, Frage, aber fein data. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and trouble makers. Okay. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. What does Jonas do in his free time? When you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro. Don't get me wrong. He's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. Ja, good. It's passiert more. The drink gets us all, but to him more than others. And when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over. And I thought I heard Jonas' voice by the canal. Well, I call back to him, as you guessed, but they're nothing. Drink. It blurs the senses. I need to be going. Farewell. Strange story, this is. Something isn't right here. I can feel it. We need to lift the veil on this. Irgendwas, ja, irgendwas, irgendwas ist da. Irgendwas ist komisch. Gut, dass da Laura vielleicht mal gerne hinüber durchdringt. Ja, gut, aber. Es Seemannsfahrer ist es doch, glaube ich, völligst normal. Sorry. Jetzt, wenn die klar wäre, das so richtig. Ja, da ist EDM. Wer entführt worden und bla bla bla. Das, glaube ich, ne und bla. Da könnte man denken, die hat was damit zu tun. Mal gucken. Das ist ja, ich werde da mal auf dem Map gucken. Ne. Ach, diese ganzen Fragezeichen sind hier. Die ganzen Türen und sowas gewesen. Wahrscheinlich auch hier die Person. Denke ich mal. Oh, sieht so aus. Ne, halt, stopp hier. Ab in die Schenke. So, ja, Knallkörper. Kiksen so blöde. Hä? Kiksen so blöde. So, wen kann ich denn hier befragen? Oh, Jeffrey. Jeffrey. Hey, Jeffrey. Alter Sass. Hier. Hier. Ja, in Führung. Okay. Ja, in Führung. Na, hat er gesagt, draußen vor der Tür. Ich hab nix gesagt, im Geschäft. Lass noch draußen. Wenn ich das nur ruhig in Erinnerung hab, oder? Oh, ja, es war schön, das ist der Größenpudel, herrlich. Und noch ein Schluck, oh, der ist, oh, mhm. Der schmeckt gut, mein. Oh, ja, no. Wer bist du? Ich bin nicht wahr, ich mich nicht wahr. Am ich in der Tür? Nein, ich habe keine Angst vor dem. Es ist für einen anderen Grund, dass ich hier bin. Ich schaue einen Nort, der vor zwei Tagen ausgesucht hat, nach dieser Stabilisierung. Ein junger Cabin. Zwei Mitglieder seiner Kru haben ihn unterstützt. Ja, das hört sich ein bellen. Ich habe mit den drei von ihnen gespielt. Tell mir, was hat die Nacht passiert? Ein Merchand kam. Mit einer Stärkung. Das Kind der Mann, du kannst du ein paar Koffer holen. Wenn du meine Brüder verletzt hast. Sie haben mit dem Cabin-Büren gesprochen. Der Mann war defensiv, nicht so schön. Und dann haben sie endlich verlassen. Und nach dem? Es ist einfach so passiert, dass ich rausgebracht habe. Ich brauche etwas freshes Luft. Und ich denke, dass ich die gleiche Männer gesehen habe. Aber das war nichts mit meiner Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn verletzten, wenn das so war. Es war, dass sie nicht besonders schwer waren. Okay. Was kannst du mir erzählen über den Mann? Wie war er die Nacht? Er war ziemlich nervös. Als ob er etwas Angst hat. Er fühlte sich nicht an etwas zu spielen. Ich erinnere mich. Und er sollte sicher sein, dass er nervös ist. Wenn er ausgesprochen hat. Das ist gut. Genau, das ist mit dem reichen Mann, Digga. Wer ist der reiche Merchand? Ein jiltter Liefer? Ein Geldländer? Nein, Sir. Du bist in Glück. Es ist so passiert, dass ich ihn weiß. Es war Sir Fontaine. Das Merchand. Wo kann ich ihn finden? Er hat ein Haus in den wirtschaftlichen Burroughs. Just auf dem Kanal. Ein Stöhnen von der Tulane. Am Kanal. Danke. Er hat aber am Kanal seine Stimme gehört. Dieser Mann ist komplett erledigt durch seine Liebe für das Spiel. Denkst du, dass wir ihn glauben können? Was würde er von lieben? Ich habe keine Ahnung. Hier. Aber was würde irgendein wirtschaftlicher Merchand geben, von einem pennlösen Kind zu halten? Na gut, ich würde sagen, diesen Sir Fontaine starten wir in der nächsten Folge einen Besuch ab. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, einfach auf den Abo-Knopf drücken. Kostet nichts und tut nicht weh. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.